Die Ankunft der Kinder im Schloss der Nachtfee Alle Gäste der Nachtfee waren nun eingetroffen, nur das Sandmännchen fehlte noch in dem großen Kreis. Es war sonst immer sehr pünktlich und daher wunderte sich die Nachtfee und wollte eben ein Sternchen damit beauftragen, einmal durch das große Wolkenfenster die Milchstraße entlang zu gucken, ob denn der Sandmännchenschlitten noch nicht zu sehen sei. Da kam plötzlich der Milchstraßenmann wieder eingelaufen und lachte so fürchterlich, dass er kaum noch Luft bekam. Ganz krumm stand er da und trat immer von einem Bein aufs andere. Die Nachtfee wollte wissen, was denn nun schon wieder los sei und alle anderen natürlich auch, aber der Milchstraßenmann bekam vor Lachen kaum ein Wort heraus. Man verstand nur den einen Satz. Frau Nachtfee, das Sandmännchen ist verrückt. Ich glaube, es hat den Mondstich gekriegt. Dazu wies er mit der Hand immerfort nach dem Eingang hinter sich und richtig, da kam das Sandmännchen schon herein, allerdings in einer Begleitung, die höchst erstaunlich war. Drei Kinder im Nachthemd und ein Maikäfer. Einen Augenblick war alles stumpf vor Erstaunen, dann aber ging ein ungeheures Getöse los. Der Sturmrüse heulte vor Lachen, der Donnermann trommelte sich den Bauch und hätte sich beinahe bei einem Donnerchen verschluckt, der Wassermann quakte wie ein betrunkener Frosch, der Regenfritz jaulte vor Freude wie ein verstimmter Leierkasten, die Blitzhexe schrie und stank, die Windliese pfiff und summte, der Eismax meckerte wie ein Ziegenbock vor Vergnügen. Kurz, es war ein Höllenlärm. In dem Allen stand das Sandmännchen ganz ruhig, hatte die beiden Kinder, jedes an einer Hand, den Maikäfer hinten an seinem Schlafrockzipfel und sah sehr klug aus. Es dachte, das Getöse wird sich schon legen. So war es dann auch. Die Nachtfiel stand auf und reckte die Hand aus, da waren alle still. Und nun fragte sie, was das zu bedeuten habe. War Kinder im Nachthemd und ein Maikäfer hier in ihrem Schloss beim Fest der Naturgeister? Erst tra das Sandmännchen vor, verneigte sich und erzählte klar und einfach, wer dieser Maikäfer sei und was die Kinder hier wollten. Natürlich war nur das Erstaunen noch größer, aber es lachte keiner mehr, sondern alle waren von dem Mut der Kinder entzückt, besonders der Eismax, der sich so nah herantränkte, um Peterchens zu betrachten, dass ihm beinahe der Schnurrbart von der Sonne abgeschmolzen worden wäre. Die Nachtfee sah den Käfer an. Du hast also wirklich zweiartige Kinderchen gefunden, die so viel Mut haben und so viel Liebe zu den kleinen Tieren, dass sie so große Gefahren bestehen wollen für dich, Maikäferlein? fragte sie. Zu dienen, zu dienen, Frau Nachtfee, stotterte der Sumsemann zitternd vor Aufregung und machte mindestens sechs Kratzfüßchen hinter dem Rücken des Sandmännchens. Donnerwetter hat der Kerl ein Glück, budderte der Donnermann. Kolossal, schnarrte der Eismax, und alle anderen waren derselben Ansicht. Die Nachtfee aber kam herunter von ihrem Thron, nahm die Kinder in die Arme und küßte sie auf die Stirn. Fürchtet ihr euch gar nicht, ihr kleinen Wesen? fragte sie. Anneliese sagte nichts, sie fasste Peterchen nur bei der Hand und machte ganz große Augen. Peterchen aber schüttelte energisch den Kopf und zog sein Holzschwert. Angst haben sie nicht, meinte der Sandmann schmunzelnd. Er hatte ja schon verschiedene Male das festgestellt. Man konnte ihm auch wirklich glauben, denn Peterchen stand wie ein kleiner Soldat, so stramm mit seinem Schwert vor der wilden Gesellschaft im Saal. Es machte natürlich dem Eismax viel Vergnügen und auch der Morgenstern und der Abendstern, die Söhne der Sonne, blitzten sich an. Der Junge gefiel ihnen wirklich. Gut, sagte die Nachtfee und strich Peterchen über den Kopf, denn nun sollten sie ihr Abenteuer mit dem Mondmann mit Hilfe der großen Naturkräfte bestehen, weil es wirklich ein sehr gefährliches Abenteuer war. Sturmriese Donnermann und Wassermann wurden also von der Nachtfee gefragt, ob sie den Kindern helfen wollten. Natürlich wollten sie es, und der Donnermann, dem das viel Spaß machte, trat ganz dicht an Peterchen und Anneliese heran, um zu prüfen, ob es mit der Furchtlosigkeit auch wirklich stimmte. Potz, knatter, Kneblein, er will es wagen? Kann er denn einen kräftigen Donner vertragen? Bullerte er. Herr Donnermann, ich hab keine Angst, meinte Peterchen unerschrocken und am Anneliese dicht in seine Arme. Bums, und plötzlich gab es einen fürchterlichen Donnerschlag, dass der Boden der Halle bebte und die Säulen der Kuppel zu klingen anfingen. Aber Peterchen stand mutig vor dem wilden, rothaarigen Donneriesen und sagte, das war noch gar nichts, Herr Donnermann. Mach's ruhig nochmal. Auch Anneliese hatte keine Mine verzogen. Sie hielt den Donnermann nur einen rotbäckigen Apfel zur Besänftigung und hatte die Nase. Dass jetzt der Donneriese sich freute, war selbstverständlich. Er faß den Apfel schmunzelnd auf, meinte, dass Peterchen Artillerie-General werden würde und schwor ihm gegen den Mondmann zu helfen. Ebenso tat er Sturmriesen, nachdem er einen plötzlichen, fürchterlichen Wirbelwind mit vollkommener Finsternis gemacht hatte, ohne die Kinder umzublasen oder auch nur zu erschrecken. Auch der Wassermann versprach ihm seine Hilfe, weil er von den Wassernixen wusste, dass die Kinder nicht wasserscheu wären und dass sie Schwamm, Badewanne, Seife und Zahnbürste tüchtig gebrauchten. Als Peterchen ihm gar sagte, dass er schon schwimmen könne, wie ein kleiner Frosch, war der dicke Wassermann vollkommen zufrieden und rutschte quachsend wieder in seine Wanne zurück. So war auch diese Probe glücklich überstanden, nur der Maikäfer war schon anfangs bei dem großen Donner umgefallen und hatte die ganze Zeit auf dem Rücken gelegen. Das war aber gleichgültig, er hatte zum Gelingen der Fahrt nichts zu bedeuten, da es nur auf den Mut der Kinder ankam. Die halfen nun dem umgefallenen, zitterten Sumsemann freundlich wieder auf die Beine. Von dieser Hilfsbereitschaft war die Nacht für und besonders die Sonne erfreut. Jetzt aber sollte die Reise schnell fortgesetzt werden, denn bis zum Mondberg war es noch sehr weit. Und vor Tag mussten Peterchen und Anneliese wieder in ihrem Bettchen auf der Erde sein, sonst hätten sie nie mehr zurückgefunden. Da gab es nur einen Rat. Sie mussten auf dem großen Bären zum Mond hinüberreiten, der konnte nämlich furchtbar schnell laufen. Also befahl die Nachtfee dem Milchstraßenmann, schleunigst den großen Bären herbeizuholen. Der Milchstraßenmann bekam einen Schreck und meinte, das ginge heute nicht, weil der Bär sehr böse sei, grüne Augen habe und selbst ihn, den Milchstraßenmann beim Füttern, beinahe gebissen hätte. Er solle den Bären nur aus dem Stall holen, befall die Nachtfee, man würde ihn schon zähmen können. So trottete der Milchstraßenmann zum Bärenstall, um das Ungetüm loszubinden und herbeizuführen. Er musste gehorchen. Die Nachtfee aber gab nur dem Sandmännchen den Auftrag, den Kindern weiter als Führer zu dienen. Er solle den Bären zunächst nach der Weihnachtswiese auf dem Monde lenken. Dann solle die Reise über die Mondhügel, Täler und Wiesen am Osternest vorbei bis zu der silbernen Riesenkanone gehen, die am Fuße des höchsten Mondberges steht. In dieser Kanone müssten die Kinder und der Mainkäfer hineingeladen und auf den Berg hinaufgeschossen werden. Denn anders könnten sie nicht hinaufkommen. Oben auf dem Berge aber sei das Abenteuer, mit dem Mondmann zu bestehen. Bis dahin solle Sandmännchen helfen und gerne sagte es zu, all dies nach der Ordnung zu besorgen, denn es hatte die beiden Hemdenmetze schon schrecklich lieb, weil sie so brav und mutig waren. Nun kam der große Bär vom Milchstraßenmann an der Kette geführt durch die Wolken herbei. Ein riesengroßes Ungetüm war dieser Bär. Schneeweiß war sein Fell und dick und zottelig. Er war größer als der größte Elefant und wenn er brummte, klang es beinahe wie das Bullern vom Donnermann. So stand er mitten im Saal, brummte und klotzte böse mit leuchtend grünen Augen umher. Der Milchstraßenmann machte ein sehr besorgtes Gesicht zu der Geschichte. Er wusste ganz genau, wie stark der Bär war und was er für krimmige Zähne hatte. Er musste erst besänftigt werden, denn so hätte man ihn gewiss nicht besteigen können. Da hatte der Sandmann wieder einen guten Gedanken. Die Kinder sollten ihm Äpfelchen zu fressen geben. Der Bär war nämlich ein großer Schleckerfritze, das wusste Sandmännchen von den Sternen, die ihm manchmal ein wenig Milchstraßenhonig zu lecken gaben, wenn sie ihm im Fell wühlen wollten. Peterchen ging dann auch gleich mit einem Apfel in der Hand auf den Bären los. Alle guckten. Es war wirklich ein sehr spannender Augenblick, als das großmächtige, ungetüm dem kleinen Peterchen gegenüber den Rachen aufriss und wild mit den bösen Augen klotzte. Schwupp, blog ihm der Apfel gut gezielt in den weiten, roten Schlund. Schwapp, klappte der Rachen zu und das war sehr komisch. Abwechslend grün und rot wurden die Augen, als wüsste der Bär nicht, ob er noch böse oder schon gut sein sollte. Seht ihr, halb ist er schon bezähmt und gut, rief das Sandmännchen sehr vergnügt. Nun, schnell noch einen zweiten Apfel, dann ist er zahm wie ein Kätzchen. Anneliese stellte sich auf die Zehenspitzen mit einem Apfel im Händchen. Sie war wirklich noch sehr klein, denn sie reichte lange, lange nicht hinauf, bis zu dem großen Rachen, der über ihr aufklappte, als der Duft von dem Äpfelchen kam. Also hob das Sandmännchen die kleine, tapfere Anneliese hoch, dass sie ordentlich zielen konnte und habs, hatte der Bär das Apfelchen verschluckt. Im nächsten Augenblick bekam er rote, gutmütige Augen und leckte sich zufrieden wie ein kleiner Hund die Schnauze. Das war eine Freude. Er kann auch Kunststückchen machen, sagte der Milchstraßenmann. Natürlich musste er Peterchen nun die Pfote geben und vor Anneliese gar ein Männchen machen. Oh, wie das aussah! Bis oben in die Kuppel des Saales reichte er hinauf, als er sich gutmütig aufrichtete vor Anneliese, die wie ein winzig, winzig kleiner, weißer Flo vor ihm stand in ihrem Nachthemdchen. Der Eisenbachs war ganz begeistert von der Kühnheit dieses kleinen Mädchens. Er kam und küsste ihr die Hand wie einer großen Dame. Nun war Anneliese natürlich wieder ein bisschen verlegen. Es gab aber jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Der Milchstraßenmann kam schon mit einer Leiter zum Aufsteigen herbei, während die Kinder der Nachtfee ihren Gästen Adee sagten. Eine Menge Küsschen bekamen sie dabei von allen. Peterchen dachte, der vom Taumariechen hat am besten geschmeckt. Wunderschön. Und der von der Blitzhexe am schlechtesten. So ein bisschen brenzlig. Anneliese fand den Kuss vom Morgenstern am schönsten und den vom Regenfritzen gar nicht sehr schön. So ölig. Heimlich wischte sie sich das Mäulchen ab, aber ganz heimlich nur. Denn es war doch sehr nett, dass alle diese wilden Wesen so freundlich zu ihnen waren. Man durfte sie gewiss nicht beleidigen. Inzwischen hatte der Milchstraßenmann die Leiter an den großen Bären gelegt und umkletterten die vier auf den Rücken des gewaltigen Tieres. Sandmännchen saß vorn und lenkte ihn bei den Ohren. Dann kam Peterchen, dann Anneliese und ganz zuletzt der Maikäfer, der wieder eine bedeutende Angst hatte und so dicht an Anneliese heranrutschte, als es nur irgend möglich war. Als sie sicher oben im weichen Fell saßen, winkte ihnen die Nachtfee mit allen ihren Gästen noch einmal lieb und freundlich zum Abschied und dann ging's los. Hoppets, rief das Sandmännchen. Der gewaltige Bär schnaufte einmal und noch einmal wie eine Lokomotive und stürmte aus dem Saal über die Wolkenberge, die das Schloss trugen, hinaus ins Weite, so rasend schnell, dass den Reitern fast Hören und Sehen verging. Der Ritt auf dem großen Bären. Ja, das war ein Ritt. Von der Geschwindigkeit entstand ein Summen und Brausen um die vier Reiter, dass man denken konnte, ein Sturm käme daher. Helle Funken sturpen dem Bären aus dem Rachen und glühten hinter ihm als eine schimmernde Lichtbahn durch den pechdunklen Weltenraum. Dicht aneinander geschmickt saßen sie, tief auf das weiße Bärenfell gebeugt, kein Wort konnten sie sprechen. Sandmännchens Zipfelmütze flog wie eine kleine Fahne im Wind und Anneliese musste ihr Püppchen schrecklich festhalten, sonst wäre es ihr fortgepustet worden. So ging es eine ganze Weile. Dann kam ihnen etwas durch die Nacht entgegen. Ein riesengroßer, leuchtender Klumpen, näher und näher. Es sah aus wie ein Kopf mit einem wehenden weißen Bart, der viele hundert Meilen lang war. Ein Komet war es, der um den Mond herum geflogen war und ihnen nun auf seine Reise begegnete. Gut nur, dass sie auf dem großen Bären ritten, denn sonst wäre diese Begegnung sehr gefährlich gewesen. Als nämlich der Komet Emanea kam, sahen sie, dass er seinen Weg gerade auf sie zunahm. Plötzlich aber stieß der Bär ein drohendes Gebrüll aus und schnaubte ganze Ströme von Funken vor sich her, während er seine furchtbaren Zähne zeigte. Da wich der Komet schnell aus und sauste neben ihnen vorbei. Sonst hätte er sie ganz gewiss über den Haufen geflogen. Unheimlich sah er aus. Einen Kopf hatte er wie glühendes Eisen mit blatternden Haaren von grünem Feuer. Schwefel, gelbe, stechende, helle Augen hatte er. Keine Arme und Beine, sondern nur den langen, wohl tausend Meinen langen Flammenbart hinter sich her. So schoss er vorbei, hier, wo es keinen Weg und Steg mehr gab in der großen Nacht und die Kinder merkten schon, wie gut es war, dass die Nacht für ihn ein so gewaltiges Reitier gegeben hatte, von dem selbst der Komet Angst bekam. Es sah aber auch sehr gefährlich aus, als der große Bär die Zähne zeigte, die wie eine Reihe blanker Säbel durch den roten Funkendampf aus seinem Rachen blitzten. Husch, war alles wieder vorbei und weiter ging der Ritt auf den Mond zu, dem man schon ganz nahe war. Er wurde immer größer, so groß wie der halbe Himmel war er schon und sie merkten, dass er ganz allmählich aussah wie die Erde, die da weit, weit unten in der Tiefe des Himmelsraums lag, als kleiner, runder Fleck. Da landete der Bär auch schon mit einem kühnen Satz auf dem Monde. Aus einem seltsamen, lichten Gestein war alles ringsum. Berge gab es, Täler und große Ebenen, in denen seltsame Pflanzen wuchsen. Die Berge waren weiß wie von Silber und die Ebenen gelb wie von Gold. Summ ging es durch ein langes Tal dahin, aber ehe sie sich noch recht besonnen hatten, rief das Sandmännchen schon Halt Petz und sie hielten vor einem großen Felsentor. Absteigen, sagte der Sandmann und sie kletterten von ihrem treuen Reittier herunter. Der Bär blieb vor dem Tor ein wenig abseits und schnupperte dort an den sonderbaren Mondblumen herum, die aussahen, als wären sie aus blauem Porzellan. Sandmännchen aber trat mit den Kindern dicht an das Tor, über dem mit grünen Edelsteinen geschrieben stand, Eingang zur Weihnachtswiese. Rechts an der Seite war ein kleiner Funkenknopf im Felsen, daneben stand, Klingel zum Weihnachtsmann. Und jetzt kam ein großer Augenblick. Das Sandmännchen strich sich den Schlafrock glatt, machte ein sehr feierliches Gesicht, hob bedächtig den Zeigefinger und drückte auf den Knopf. Da ertönte ein wundersames Läuten von innen, goldene Glocken mussten es wohl sein und lautlos öffnete sich das Tor. Mildes Licht von Millionen Kerzen, die man nicht sah, floss ihnen entgegen und an der Hand des Sandmännchens traten sie mit klopfendem Herzen über die Schwelle zur Weihnachtswiese.